Ja, wunderschönen guten Morgen, liebe Gäste. Es ist 7.30 Uhr bei uns im Hotel Maritim Playa. Und heute, wer steht in der Küche? Der Seniorchef, denn der Junior braucht auch mal einen freien Tag. Also ist heute mein erster Tag mit unserem virtuellen Buffet, virtuelles Frühstücksbuffet. Wie sagt Mutti in Deutschland? Wir schaffen das. Und auch wir im Hotel Maritim Playa schaffen es. Wir haben etwas erfunden, was einzigartig ist. Ich glaube, wir lassen uns das mal patentieren. Unser Frühstücksbuffet, einzigartig. Es wird alles frisch zubereitet. Der Gast hat die Wahl von allem, was wir uns nur erdenken können. Es wird jeden Tag gewechselt. Es kann jederzeit nachbestellt werden. Und Sie sehen hier, mein Reich, die Küchen des Hauses. Angefangen von frischen Spiegeleiern. Oh, guck mal, wie lecker die aussehen heute. Frische Spiegeleier. Dann haben wir heute den Tag der amerikanischen Küche. Was essen die Amis zum Frühstück? Hushbrowns. Die haben wir hier. Grilltomaten haben wir da. Bacon. Richtig knuspriger Bacon. Den gibt es hier. Und natürlich dürfen auch da bei den Amerikanern heute nicht fehlen, die Baked Beans. Bohnen in Tomatensauce. Aber jetzt keine Angst. Wir wollen euch nicht alle den Herrn Dramm zuschanzen, sondern wir haben auch das traditionelle deutsche Gericht. Heute haben wir Rügenwalder Teewurst. Wir haben Salami. Keine dänische Salami, die gefärbt ist, sondern echt deutsche, schön geräucherte Salami. Sie haben verschiedene Schickensorten. Sie haben Käsesorten. Sie haben Müsli. Sie haben Obst. Alles das zur Auswahl in freier Wunsch, so oft und so viel Sie möchten. Unser virtuelles Buffet. Der ganze Stolz. Haben Sie Ruhe. Genießen Sie das Frühstück. Und vielen Dank, dass Sie unser Hotel besucht haben.